Du weißt, wie es hier rausgeht? James Cole ist ein entflohener Irrer. Die Menschen verdienen es, vielleicht sogar von der Erde gefegt zu werden. Die Menschen von der Erde fegen? Und quasselt viel Unfug. Fünf Milliarden Menschen starben zwischen 1996 und 1997. Vom Untergang der Welt. Fast die gesamte Weltbevölkerung. Und den Twelve Monkeys. Ich komme doch wegen der Affen. Problem nur? Affen. Affen, ja. Es ist alles wahr. Zwölf Stück sogar. Sie retten die Welt nicht vor dem Untergang, okay? Sie leiden an Bahnvorstellungen. Twelve Monkeys. Gratulieren Ihnen im Kopf. Ganz los, ich hab dich gut. Sehr stolz. Kino-Welt-TV wünscht auch dieses Mal frohe Weihnachten. Bescheidung, Leute. Es ist ziemlich verwirrend, nicht zu wissen, was wirklich ist und was nicht. Wir leben wie Pärmer. Ja. It's okay. Ja. Grafik. Ja.